Oder obwohl sie nicht einmal in einer Moschee waren. Weil subhanallah, ich muss ehrlich sagen, als ich noch nicht konvertiert war, als ich noch kein Muslim war und mein Bruder frisch konvertiert war, da war das alles noch in den Medien, glaube ich, wegen Osama Bin Laden und alles diese Sachen. Ja, Terrorismus hat man da und da gehört. Und das hat mich schon sehr, wie soll ich sagen, wo ich dann, immer wenn ich dann den Islam gehört habe, habe ich direkt an Terrorismus gedacht. Und das ist die sogenannte Massenmanipulation. Ich meine schon mit dem 11. September und natürlich, ich bin jetzt auch kein Experte darin, aber es gibt viele Videos, zum Beispiel von Daniel Ganser. Das ist ein Schweizer, der Vorträge macht über den 11. September, alles mit Fakten etc. Das könnt ihr euch mal reinziehen auf YouTube, so by the way. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wie kann man auch schon nur von einer Person, die man nicht kennt, schlecht über sie reden? Ich meine, das macht ja keinen Sinn. Du kennst sie nicht und du sagst, ja, die ist das und die ist so und so und so. Das macht ja keinen Sinn. Das war für mich immer klar. Deswegen wusste ich auch, wenn ich wirklich über den Islam Bescheid wissen will, was die Wahrheit ist, dann musste ich es selber lesen. Weil ich habe gesehen, okay, diese Brüder, die sind so lieb zu mir, die sind so barmherzig. Die können keine Terroristen sein, ja, so in dem Sinne. So niemals habe ich gedacht. Und das hat mir bewiesen eigentlich, dass das, was die Medien sagen, meistens einfach nicht stimmt. So gut wie fast immer. So. Und die müssen natürlich ja auch verkaufen, ja. Das nennt man so genannt, auch in der Musikszene, in der Musikindustrie, das nennt man die so genannten Sex Sales. Vor allem in der Musikindustrie. Ich meine, da geht es immer um Drogen, Sex, Rock'n'Roll, immer, immer um das Schlechte. Nackte Frauen, viel Geld, Materialismus. Und das verkauft sich halt einfach, ja. Zum Beispiel die nackten Frauen, ja. Das ist ja verboten im Islam, ja, eine Frau nackt zu zeigen. Und ich meine, das ist in der Musikbranche gang und gäbe. Und wie gesagt, das sind ja diese Gelüste, die uns anziehen, ja. Ich meine, eine nackte Frau ist sehr viele Reize, ja. Das zieht uns Männer an, ja. Wir finden das attraktiv sozusagen, wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Frau nackt sehen, ja. Aber wie gesagt, das sind diese Gelüste. Ich meine, es ist ja falsch, wenn du andere Frauen nackt ansiehst. Oder einfach so auch schon nur ansiehst. Aber wie gesagt, in der Musikbranche ist das gang und gäbe. Und der Schaitan sozusagen, meiner Meinung nach, nutzt diese Wege, um die Menschen somit in der Art zu kontrollieren, ja. Und auf den falschen Weg zu führen. Und, aber subhanallah, wirklich. Einer, der seine Stirn auf den Boden macht, nur für Allah, der wird nicht manipuliert vom Schaitan. Subhanallah, sag ich mal so. Es gibt auch einen Vers im Koran, ich weiß nicht welchen das ist, aber das, äh, ich weiß nicht mehr welcher das ist, aber es ist ein Vers, der, der sagt, dass der, der gläubig ist und Muslim ist, der muss sozusagen keine Angst haben. Sozusagen, der muss einfach auf Allah vertrauen und Allah wird alles für ihn machen, ja. So in dem Sinne. Die Gebete verrichten, wie du gesagt hast, das Gebet hält dich von schändlichem Fern, ja. Und das ist wirklich so. Ich habe dann, ich habe dann ja die Musik weitergemacht, immer noch, als ich dann noch Muslim war. Du warst Muslim und hast gleichzeitig, äh, auch im Musikbusiness, äh, gemacht. Wusstest du damals schon, dass das inakzeptabel ist? Ja, ich wusste, also ich, 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 ich war noch nicht so weit, dass ich, ich habe immer schon gehört, Musik ist haram und so, aber ich habe immer gedacht, ja, okay, wir Menschen sind ja nicht perfekt, wir können ja trotzdem irgendwie noch so Hobbys neben dran haben, auch wenn ich es, ich meine, wenn ich fünfmal meinen Boden auf den Kopf drücke, dann ist ja easy auch, ich meine, das ist ja schon, äh, die Pflicht habe ich ja dann erfüllt. Was ich sonst noch mache, okay, ich meine, so in dem Sinne habe ich gedacht, ja. Also ist das aber mal, also das ist dein Gedanke damals gewesen, oder gab es da jemanden, der das heralifiziert hat? Weil ich natürlich immer noch so in dem Sinne, ich selber bleiben wollte, ja, aber ich habe damals doch schon gewusst irgendwie, okay, das, was ich mache, ist eigentlich nicht richtig, weil ich wusste schon, weil ich mich sehr mit dem auseinandergesetzt habe, was Musik mit, was Musik mit Menschen machen kann, wie die Musik Menschen manipulieren kann. Wusste ich eigentlich schon, dass das etwas sehr Gefährliches ist und wenn ich das so weitermachen würde, ich meine, ich war ja gut dran, ich habe mit jeglichen Stars schon Kontakt gehabt, habe mit Leuten, äh, also Lieder aufgenommen, die, äh, über 20 Millionen, äh, Views auf YouTube haben und, äh, das mit dem nicht zu spaßen ist, ja, Islam ist wirklich kein Spaß, ja, es ist, ich meine, ja, man ist barmherzig, man lacht auch, schön und gut, Alhamdulillah, aber ich meine, man, 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 sollte nicht, äh, mit Allah spaßen, ja, ich meine, in dem Sinne, dass man jetzt, äh, einfach sagt, okay, sagen wir, Unzucht ist verboten, ja, okay, ja, ich gehe jetzt trotzdem, äh, heute mal, egal, ich gehe jetzt mal da mit der Frau raus und ich mache jetzt hier trotzdem da und da Musik, weil, äh, das kann wirklich zum Verhängnis werden. Ich meine zum Beispiel, äh, wenn du jetzt, äh, mit, äh, mit, äh, Musik Geld machst, das ist wie wenn du Alkohol verkaufen würdest, ja, sagen wir so in dem Sinne, du machst mit einem, mit einer verbotenen Sache, mit einer verbotenen Sache machst du Geld. Und ich wusste, wenn ich das so weitermache und ich habe damals schon, äh, eigentlich recht gut Geld gemacht mit der Musik so und ich habe gewusst, wenn ich das so weitermache und es mal zu so einem Punkt kommt, wo ich dann wirklich die Millionen habe mit, mit der Musik und wo ich wirklich dann dieses Vermögen aufgebaut habe und die, all diese Dinge habe, die ich, äh, für mich manifestieren wollte, ja, sozusagen, dann, subhanallah, dann kann das vielleicht für mich auch zum Verhängnis werden. Und, äh, dann kann der Schaitan sogar noch mehr da sein als sonst, weißt du, wie ich meine? So, ich hatte sehr Respekt davor, ich hatte sehr Respekt, habe ich immer noch vor Allah und ich habe Allah sehr gefürchtet, natürlich immer noch, aber da wusste ich einfach, ich habe dann, wie gesagt, dass es nichts Gutes ist, aber ich habe dann, wie gesagt, mit der Musik immer noch weitergemacht und, äh, wollte dann auch noch ein Album rausbringen und, subhanallah, ich habe dieses Cover so krass gestaltet, wenn ich jetzt überlege, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht noch ein Bild einblenden kann oder so, aber ich habe das Album, das ich rausbringen wollte, Hell on Earth genannt, also Hölle auf Erden. Oh, subhanallah, was ist das für ein Titel? Ja, aber die Message dahinter… Wie kann man so einen Titel nennen, Mann? Ja, die Message dahinter ist halt, ja, weil ich, ich war auf dem Cover, bin ich mit, äh, mit, äh, ich habe so Kollegen organisiert, ja, Freunde, die, die mir dabei geholfen haben, das sind Leute hinter mir gestanden, die mir so Hände ins Gesicht gehalten haben, das heißt, äh, zwei Hände waren auf meinen Ohren, dann zwei auf meinen Augen und eine auf meinem Mund. Sozusagen, ich kann nichts hören, ich kann nichts sagen und ich kann, äh, auch nichts sehen, in diesem Sinne. Wie diese Affen, ja, so. Kennst du die? Ja, diese Emojis, ja. Natürlich, ja, natürlich. Auf jeden Fall, ja, ich soll das so demonstrieren, so, man ist halt irgendwie so wie gefangen in dieser Dunja und auf dieser Erde, so, es ist auf diesem Diesseits und es ist irgendwie wie eine Art Gefängnis, wie eine Art, äh, für mich war das schon, als ich dann den Islam verstanden habe, für mich war das schon wie eine Art so, äh, wie soll ich sagen, all diese Dinge wie, äh, pff, für mich war das, für mich war das so wie ein Zeichen, so, okay, man wird, in eine Gesellschaft reingeboren, zum Beispiel jetzt auch mit der Schule, wo du von Anfang an darauf geschult wirst, ja, einfach zu funktionieren. Ich meine, du wirst zum Beispiel in der Schule ja nicht ausgebildet, um ein Unternehmer zu werden oder ein Experte oder sonst was, ja, du wirst nämlich einfach dafür geschult, um ein Freijobbler zu werden oder ein Angestellter. Erstmal so. Und das wollte ich so ein bisschen damit, äh, preisgeben. Auch, ich habe, ich habe selber, wo auf dem Cover ist zu sehen, dass mir eine Hand vor dem Mund gehalten wird, sozusagen, und mit der rechten Hand greife ich nach einem goldenen Buch, was so meiner Meinung nach, aber das Buch war halt so mit einer goldenen Folie so bedeckt, ja, was meiner Meinung nach der Koran sein sollte. Und ich wollte halt diese, diese Message vom Islam so alles in diesem Album verpacken, so ein bisschen, ja, aber habe gemerkt, du kannst nicht Dauer machen mit, äh, einer Sache, die verboten ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das ist inkompatibel. Genau, genau, genau. Weil du supportest ja, äh, indirekt den Schätan. Weißt du, wie ich meine, so? Oder direkt, kann man das so sagen? Direkt natürlich, ja. Ja, genau, genau. Ja, direkt. Du supportest ja eigentlich den Schätan, obwohl ich eigentlich genau das Gegenteil machen wollte, weil ich habe ja auch, ich habe ja trotzdem auch mehr in dem Sinne positive Musik gemacht, ja. Also, mehr darüber gerappt, ja, seine Ziele zu erreichen und positiv zu denken und an Gott zu glauben. Ich habe trotzdem immer gesagt in meinen Texten, ja, Gott ist the greatest und solche Sachen. Und, äh, ja, Subhanallah. Ich würde dich gerne fragen, jetzt als Muslim, wie nimmst du die Trinität wahr? Und wo unterscheidet sich deine Wahrnehmung jetzt zur Trinität, beziehungsweise zum Monotheismus? Also, was sind da die charakteristischen Unterschiede? Vielleicht kurz erörtern, ähm, was du da gerne wahrgenommen hast und wie du es jetzt wahrnimmst? Äh, in der Zeit, wenn du, in der Zeit, wenn du zum Islam findest und, äh, für die Wahrheit betest, was ich, was ich gemacht habe, ja. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr fest für die Wahrheit gebetet und, äh, Allah schickt den Menschen ja Zeichen, ja. Und, äh, bei mir war es einfach so, ich habe dann, ich habe mich dann selber gefragt, wie kann jemand, wie kann das jemand glauben, dass, äh, Jesus selber Gott ist und gleichzeitig, äh, auch Mensch und Gottes Sohn in dem Sinne, ja. Und das hat für mich, wie gesagt, einfach nie wirklich Sinn ergeben, wenn ich mit einem Christen gesprochen habe und wir sind dann, in der Zeit kamen mir so viele Christen über den Weg, wirklich so viele, wo ich dann gefragt, wo wir dann ins Gespräch kamen und sie gesagt haben, ja, ah, Gott ist, Gott ist, äh, der Beste und, ja, liebe deinen Nächsten, so wie, ja, man kennt das halt und, äh, ja, Jesus ist Gott und so. So, da habe ich gesagt, hä, ist Jesus nicht Gottes Sohn für sie? Und er hat gesagt, nein, Jesus ist Gott und Gottes Sohn. So etwas, was ich, äh, eine Sache, die sich einfach im gleichen Satz widerspricht, ja. Ist einfach irgendwie paradox, sozusagen. Und ich habe dann, ich habe dann mit der Person gesprochen, habe sie dann gefragt, okay, ja, aber wenn jetzt Jesus Gottes Sohn ist, ja, was ist dann mit Adam, der keinen Vater und keine Mutter hat? So, so, und das, der ist ja, der, der ist ja der, der Obergottes Sohn in dem Sinn. Und darauf konnten mir die Leute nie wirklich eine Antwort geben, ja, und Adam ist ja im Islam auch der erste Mensch, der erschaffen wurde und auch gleichzeitig der erste Prophet. Und, äh, über diese ganze Zeit, wo wir hier leben, jetzt, diese ganze Menschheit, ja, ich meine, Adam kam mit dem reinen monotheistischen Eingottglaube. Äh, Abraham kam auch mit dem reinen monotheistischen Eingottglaube, ja, so wie Moses, so wie, äh, Mohammed auch, ja, aber dann kommt auf einmal sozusagen der sogenannte christliche Jesus, äh, in die Geschichte, kommt in der Geschichte vor, der auf einmal dann Gottes Sohn ist, gleichzeitig Gott und noch irgendwie der Heilige Geist in ihm ist. So, so, etwas, was komplett so aus dem Muster fällt, ja, und wie Mohammed auch den, äh, den Monotheismus praktiziert hat, ja, und gepredigt hat, an einen Gott zu glauben, ihm nichts, ihm nichts gleichzustellen. Wie, äh, wie Moses zum, zum, zum Pharao gegangen ist, ihm gesagt hat, bete zu einem Gott und stelle ihm nichts gleich. Aber, ja, das ist so das Ding, was mir aufgefallen ist, was, äh, im Islam sehr praktiziert wird, ja, zum Beispiel lest du im Koran von der Götzenanbetung. Also, man soll, man soll keine Statuen errichten, ja, und, äh, zum Beispiel, zum Beispiel, äh, gibt es Geschichten, wie, wenn jemand, jetzt sagen wir, eine, eine große Persönlichkeit war oder ein Vorbild, ja, ja, diese, diese Leute, die ihn persönlich gekannt haben, die wussten, okay, der hat die Wahrheit gesprochen, ja, und sagen wir, diese Person ist nicht mehr da oder sie ist gestorben, irgendein Prophet, ja, und, äh, die Zeit verging, es kam wieder eine neue Generation und sie haben diese Geschichten gehört, da haben die gedacht, ja, okay, ich, äh, wir bauen jetzt eine Statue von diesem Mensch, der gelebt hat, ja, und die wussten da doch immer noch, dass es, sagen wir, dass er vielleicht an einen Gott geglaubt hat, aber diese Generation, die dann immer wie weiter kam und kam, diese, äh, diese, die dann neu geboren wurden, ja, ja, die haben dann irgendwann angefangen zu glauben, dass diese Götzen, ja, diese Statuen, dass das Gott ist, ja, und dass das Götter sind in dem Sinne, so ist, so ist immer wieder, eigentlich gab es von Anfang an nur der reine monotheistische Gottglaube, der mit Erden gekommen ist, an einen Gott zu glauben, dem nichts gleichzustellen, und jeder einzelne Prophet ist mit dieser Message gekommen, sogar in der Bibel steht, ja, Jesus sagte, äh, höre Israel, unser Herr ist einer, oder unser Gott ist einer, ja, und im Koran steht genau das Gleiche, da sagt Allah, Jesus sagte doch, höre Israel, unser Gott ist Allah, so in dem Sinne, ja, und das hat mir einfach gezeigt, dass, ich meine, überall auf der Welt gibt es Leute, die sogenannte Statuen anbeten, ja, außer im Islam, im Islam, du bittest keine Statue an, es gibt überhaupt keine Statuen von irgendwelchen Menschen, keine Bilder, ja, ich meine, in der Bibel steht auch, du sollst keine Bilder von Gott machen, ja, sozusagen, wie es auch, äh, im Islam ist, und, ähm, das Ding ist, dass, wie ich dann immer selber gesehen habe, ja, bei den Christen ist es so, dass, das selber in ihrer Bibel steht, ja, man soll kein Schweinefleisch essen, die Frauen sollen sich bedecken, man soll kein Alkohol trinken, sie das alles trotzdem machen, aber die Muslime nicht, und, äh, ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckend, dann wusste ich auch, okay, wenn die das wirklich halt auch praktizieren, ja, dass, dass die Wahrheit sein muss, und, ähm, ja, es gibt da eine gute Geschichte zum Beispiel auch, die ich kurz, äh, erwähnen kann, äh, es war ein Scheich, der in eine Kirche gegangen ist, und, äh, um da ein bisschen Dauer zu machen, ja, und da saßen, äh, so ein paar, äh, Schüler von, von diesen, äh, gelehrten Christen, ja, und, äh, die haben dann erstmal gefragt, so, der eine hat gefragt, ja, wieso hast du so einen langen Bart und so, wieso und warum, und er hat dann gesagt, guck mal da hoch, und hat dann auf das Bild von, ja, den sogenannten, in Anführungsstrichen, Jesus gezeigt, ja, und hat gesagt, guck mal, ich ähnele ja deinem Vorbild mehr als du, ja, weil ich habe einen langen Bart, und er hat auch einen langen Bart, und du hast keinen langen Bart in dem Sinne, ja, und, äh, da hat er gerade so, dann hat er verwundert geguckt und hat nichts mehr gesagt, ja, dann saß da noch, äh, eine, ein, ein Mädchen, das auch sehr, sehr klug tun wollte, und sie hat dann gesagt, ja, wieso müssen sich die Frauen bedecken und alles ist und das, und, äh, ja, wie kann das sein, die werden ja unterdrückt, ja, hat er nur auf, äh, auf das Bild von Maria gezeigt, ja, und hat gesagt, ja, guck mal, die Maria, dein sogenanntes Vorbild ist auch bedeckt, ja, wieso bist du nicht bedeckt, verstehst du? So, und dann habe ich immer wie mehr gesehen, dass, dass, äh, diese Dinge im Islam, halt, die wirklich erlaubt sind oder erwünscht sind, wirklich die Muslime auch praktizieren, ja, diese Gebote, und wenn man etwas verboten ist, dass man das nicht macht, wie zum Beispiel Schweinefleisch, ja, man redet ja öfters auch von der Wiedergeburt Jesu, ja, dass er, und dass er für unsere Sünden gestorben ist, ja, wenn du dir jetzt aber vorstellst, wenn er für unsere Sünden gestorben ist, das ist ja eigentlich voll unfair, was hat er uns angetan, dass er für unsere Sünden sterben muss, ja, so ein guter Mensch, der gelebt hat, und der muss für unsere Sünden sterben, was hat das für einen Sinn, jetzt? Also der Opfertod, der Opfertod sozusagen ist für dich auch, äh, unerklärlich. Ist für mich unerklärlich, ja, weil stell dir mal vor, du hast, äh, du hast zehn Kinder, ja, und diese neun Kinder, alle von denen, die machen mega die Sünden und sind voll, äh, schlecht zu anderen Personen, und du opferst dann das eine Kind davon, das voll die guten Taten macht und alles drum und dran, und dann sind ihre Sünden vergeben, was macht das für einen Sinn? Und wenn er gekommen ist, um für die Sünden zu sterben von allen Menschen, was ist, was ist mit den Menschen davor, und was ist mit den Menschen, die noch kommen werden und dann sündigen werden? Die ihn gar nicht kannten, gell, die Jesus zum Beispiel gar nicht kannten, und was ich auch besonders relevant finde, ist, das war Jesus, also der Opfertod, nach biblischem Narrativ, ist gegen den Willen von Jesus. Jesus hing am Kreuz und sagte, dass dieser Kelch, also diese Bestrafung, an mir vorbeigehen, er bittet darum, dass das ihn nicht erwischt, er bittet darum, nicht gekreuzigt zu werden. Um ehrlich zu sein, jetzt, also beleid, wenn ich Prophet wäre, ja, und ich könnte das Leid von allen Menschen lindern, dass ich gehängt werde, so, das ist eigentlich relativ ein guter Deal. Ja, ja, ja. Okay, es ist, es tut weh, auf jeden Fall tut es extrem weh, aber das ist jetzt nicht zehn Jahre lang Schmerz, das ist vielleicht zwei Tage lang Schmerz, und dann, vielleicht bist du nach fünf Minuten sowieso schockiert. Aber, warum hat Jesus diesen Deal nicht angenommen, wenn der Vater das Beste für seinen Sohn will? Ja. Er hat den Deal abgelehnt. Und dann wurde er dennoch nach biblischem Narrativ gekreuzigt. Für uns ist er sicherlich nicht gekreuzigt worden, aber ich frage mich einfach, und dann kommt noch ein spannender Aspekt dazu. Da war er fünf Tage nicht auf der Erde, Jesus. Ja, ja. Nach katholischem Narrativ, wer hat dann die Erde regiert? Ja, genau. Also der Sohn Gottes, ein Teil von Gott, drei Tage unter der Erde war, also nicht präsent. Ja, er ist gestorben, drei Tage, was ist in diesen drei, wer hat die Welt regiert in den drei Tagen, wo Jesus tot war? Ja, das ist ja, die Frage ist ja schon nur, wie kann ein Gott sterben? Ja. Und wie kann ein Gott geboren werden? Ja, das ist ja mal schon die erste Frage. Wenn man ja dann gleichzeitig denkt, dass Jesus auch Gott ist, sozusagen, oder das glaubt. Ich meine, für mich, wenn ich jetzt mir Gott vorstelle in seiner perfekten Natur, wie gesagt, Gott ist perfekt in seiner Natur. Das heißt, er ist unabhängig von allem. Er ist transzendent, er ist kein Teil der Erde. Genau. Er ist kein Teil der Wahrnehmung, die wir wahrnehmen. Ich meine, wenn wir, wenn wir, sagen wir jetzt, ein Handy herstellen, dann werden wir ja nicht gleichzeitig dann zum Handy, ja. Oder, oder ja, oder zum Beispiel sagen wir, Gott, für mich, wie gesagt, in der perfekten Natur, ist unabhängig von allem. Wie gesagt, Jesus hat geschlafen, Jesus hat gegessen, Jesus hat getrunken. Ich meine, all das sind Eigenschaften von einem Menschen, welches aber Gott wiederum nicht braucht, weil er unabhängig ist. Und Allah sagt im Koran, zum Beispiel bei Surah Ali Klaas, sagt er, Das heißt so viel wie, sag Allah, er ist einer, der Unabhängige, der Ewige, von dem alles abhängt. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist dem jemals gleich. So für mich, die Vorstellung von einem perfekten Gott, erstens, wie kann schon nur ein Mensch Gott sein? Ich gucke, das ist ja genau das Gleiche, wie ich bin, ja. Schon nur das, so und dieser Vers, ja, der ist mir einfach so fest im Kopf geblieben, ja, weil ich, weil, das ist so einfach die perfekte Beschreibung, ja. Und ganz einfach, klipp und klar, so. Niemand ist dem jemals gleich. Und ja, Subhanallah. Ich meine, wir haben, wir haben ein gewisses Wissen, ja. Aber zum Beispiel ist Allah der Allwissende, der Allsehende, der Allhörende, der Erschaffer. Ich meine, wir haben uns ja nicht selber erschaffen, ja, so zu dem Thema. Und wie kann etwas aus dem Nichts entstehen? Alles solche Dinge, die ich mich gefragt habe und die für mich dann einfach viel logischer waren, wenn dann ein Gott dahinter steckt, ja. Und nicht einfach alles, wie gesagt, das muss ja irgendwann ja angelehrt werden, ja, dieser atheistische Glaube. Aber, ja, zurück zu der Trinität. Ich meine, zum Beispiel gibt es ja, im Koran wird ja erwähnt, dass diese vorherige Schriften verfälscht wurden, ja, oder umgeschrieben wurden. Und das kann man ganz einfach, ganz einfach beweisen, indem du siehst, heutzutage gibt es so viele verschiedene Bibeln, ja. Und das sind wirklich verschiedene. Es ist nicht eine Bibel, ja. Wenn ich dann zum Beispiel einen Christen gefragt habe, ja, an welche Bibel glaubst du? Dann kam immer einfach mal direkt diese Antwort, ja, an die eine Bibel, die es gibt. Dann sage ich ihm, nein, es gibt nicht nur eine Bibel, ja, es gibt mehrere Bibeln. Es gibt Martin Luther, Roman Kings, ja, all diese viele, viele, viele. Unterschiedlichen Variationen. Genau, also das heißt, Red Letter Bible. Genau, genau. Es gibt verschiedene Versionen, ja. Und nicht, ich meine, Versionen und Übersetzungen, das ist etwas anderes, ja. Das ist komplett etwas anderes. Dann argumentieren die meisten mit, ja, der Koran hat ja auch verschiedene Übersetzungen. Aber, ja, der Koran hat verschiedene Übersetzungen in Englisch, Spanisch, Deutsch. Aber es ist eine Version, ein simples Buch, das sich nie verändert hat, ja. So, und immer noch in deutlicher, immer noch in deutlicher arabischer Sprache. Wie es im Koran auch steht. Allah hat den Koran herabgesandt in deutlicher arabischer Sprache. So, und wie gesagt, die Bibel, ja, hat so viel, es hat so viele heutzutage. Und das, was mich auch noch fasziniert hat, wo ich wusste, das kann nicht 100 Prozent Gottes Wort sein, dass es immer etwas anderes ist, ja, immer ein bisschen eine andere Geschichte. Und jeder von den Christen glaubt immer wieder ein bisschen was anderes, ja. Der eine, der glaubt, dass Jesus Gott ist, und der eine glaubt nicht, dass Jesus Gott ist, sondern nur Gottes Sohn. Und in der nächsten, in der nächsten Konversation sagt er, sagt er, äh, dass er jetzt doch glaubt, dass Jesus auch Gott ist, weißt du, immer so ein bisschen. Ich hab, wir haben ja sehr viel Erfahrung mit Infostand-Dialogen. Und da, aus meiner Erfahrung, ich hab ja auch schon mit ein paar tausend Menschen geredet. Ja. Ich kann mich, ähm, wie soll ich sagen, circa, ich würd sagen, 75 Prozent der Menschen, die ich getroffen hab, sagen, Jesus ist Sohn Gottes, also von den Christen, sagen, also drei Viertel sagen, er ist Sohn Gottes. Äh, 20 Prozent sagen, dass er Prophet ist, und circa 5 Prozent sagen, dass er Gott ist. Aber diese 5 Prozent, das sind Die-Hard-Katholiken, die das studiert haben. Ja, genau, genau, genau. Also, Italiener, in Italien würdest du sagen, also in Süditalien wäre diese Zahl von 5 auf 25 Prozent erhöht, in Norditalien von 5 auf 15 Prozent. Aber ja. Subhanallah. Ja. Oh, Bruder Bargherr, Fik, Schazak-Lochern, vielen lieben Dank und grazie mille, amigo, für deine wertvolle Zeit. Danke, dass du Gast warst bei Iman Talk. Muslim Jibril findest du, Maschallallah. Muslim Jibril findest du unter anderem auf YouTube, auf Instagram, dort findest du unter anderem Reaktionsvideos. Und natürlich kann man seinen Kanal folgen und ihn auf Instagram abonnieren. Ich bedanke mich nochmal für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast. Inshallah wird das eine produktive Episode. Ich bedanke mich recht herzlich und gebe dir wie immer das Abschlusswort und sag Bismillah. Also erstmal will ich mich auch bei dir bedanken, Barak al-Aufik, Bruder, dass ich hier eingeladen wurde und mit dir diesen Podcast drehen durfte. Und ja, checkt auf jeden Fall auch Iman TV ab. Das ist wirklich ein richtig, richtig guter Channel. Und wenn ihr mehr Wissen erlangen wollt über den Islam und auch gute Konversationen sehen wollt. Bruder, das sind tolle Abschlussworte. Ich darf noch an unsere Zuschauer erinnern, dass hier dieses Format Iman Talk jetzt in die nächste Runde geht. Wir werden nicht nur Gäste einladen, sondern wir werden auch Gästen den Iman Talk Koffer zusenden. Das heißt, wenn du eine interessante Geschichte hast, dann kontaktiere uns einfach unter office-at-iman.or.at oder auf Instagram, Facebook. Und vergiss nicht, diese Episode findest du auf Spotify, Google Anchor und Google Podcast. Deswegen kannst du uns jetzt auch, wer im Auto hören, kannst du uns auch weiterleiten. Auf Spotify, Google Podcast und Anchor findest du Iman Talk und natürlich auf YouTube. Danke, lieber Bruder, Barak al-Aufik und Grazie mille. Averi dercü und Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal. Vertraue und Passage